aus der Kenlader aus Platz 6 Zeitdifferenz G aus Himmelkron war 15 mit 1,42 Zeitdifferenz mit einer Zeitdifferenz von drei Sekunden, 48 Minuten, ich glaube, 17 und beim Conflict... ... ... ... ... ... ... ... Auf einer. Ja. Das hat man sowohl jetzt reduziert. Oh mein. Alter. Aber der fährt schon ziemlich flach heute. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020